Es sieht so aus, als könnte es zwischen zwei schönen Frauen Hollywoods Ärger geben. Und es wäre ein faires Match. Denn die eine überlebte einen Sharknado und die andere ist dafür bekannt, dass sie hier und da ein wenig Kung Fu macht. Es geht um Tara Reade und Giselle Bündchen. Und wenn es stimmt, was Tara sagt, dann hat sie vor ein paar Jahren mit Tom Brady rumgemacht. In einem kürzlichen Interview fragte man Tara bezüglich ihres Rufs als Partygirl vor ein paar Jahren. Viele männliche Promis wurden dabei erwähnt und man fragte Tara, ob sie sie geküsst hat. Und als es zum Footballstar Tom Brady kam, sagte Tara, den habe ich geküsst, er sieht gut aus. Das bestätigt die alten Gerüchte aus dem Jahr 2002. Aber einen Kampf wird es wahrscheinlich nicht geben. Tara ist glücklich mit ihrer Beziehung mit Eris Eisen und Tom und Giselle sind glücklich verheiratet. Puh, das hätte hässlich werden können.